Hallo zusammen! Heute zeige ich einen Twistipack. Ich packe ihn mal aus. Und heute ist der Rumbo von Rondo. Ich trage ihn mal. Der Rumbo gehört zu Rondo. Man sieht ihn vom gelben Planet. Ein sehr schöner. Und ja. Und ja, ich zeige bei diesem auch noch, den man auf dem Kopf dreht. So. Und auf der Seite geht es auch. Und da wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Bei der nächsten Folge zeigen wir den Joke. Und man kann zum Beispiel diesen hier auch drehen mit den Schnur. Ihr glaubt es nicht? Dann schaut es das nächste Mal. Ok. Tschüss! 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 Tschüss!